Hey, hey, und herzlich willkommen hier zurück bei Planet Coaster und wir spielen jetzt einfach mal hier die Ghostbusters Story weiter. Ein paar Ziele habe ich ja schon erreicht. Zum Beispiel hier die Attraktionen eingebastelt und ein Pausenraum für Mitarbeiter und hier auch noch eine Getränkebude, damit die Leute halt nicht rum jammern hier von wegen. Ich habe Durst, mir mal was zu trinken hier. So, okay. So, Bilde zwei Hausmeister auf Stufe fähig weiter. Okay, wollen wir das denn? Wir haben was. Personal. Hausmeister. Wir können die immer noch nicht erweitern. Wann können wir die denn? Am 21. Mai. Okay, wir haben den 21. Mai. Hallo? Ich würde die gerne weiterbilden. Ah, jetzt passiert es. Da, mach es doch. Zack, zack. Wir können das mal ein bisschen schneller laufen lassen, würde ich sagen, auf zweiter Stufe. Damit dieses Ziel abgeschlossen wird. Und dann warten wir auf weitere Instruktionen, würde ich sagen. In der Zwischenzeit, äh, warte mal, ich mach das mal auf normale Geschwindigkeit zurück. Okay, der eine Hausmeister macht jetzt eben Pause. Der hat jetzt irgendwie genug getan anscheinend. Ich würde gerne dieses Gebäude hier bearbeiten. Wo geht das? Kann man das hier irgendwie... Warum kann ich das zum Teufel nicht bearbeiten? Also, das kann man so lassen. Aber warum kann man das hier nicht mit Mauern versehen? Das ist doch scheiße. Ich würde das gern verkleiden, Leute. Hm, Moment. Ich würde das gern mal ein bisschen verschieben. Hey, you've been working hard. You deserve a little downtime. You think I'm not onto your trick stance? Because I am, mister. And this time, I won't fall for them. Or stand for them. Or take them lying down. And I'm not bending over backwards, either. So, basically, you're doing nothing. Exactly. Wait. Okay. Okay. I don't want to brag, but I'm something of a marksman when it comes to the particle thrower. I can hit pretty much everything with it, which sometimes, admittedly, can be a problem. I've set my best score on the shooting ride. Care to see if you can beat it? Just remember, you're playing with fire. Okay, more accurately, an unlicensed nuclear accelerator. So, you know, be careful. Nehmen wir ein. Wie sieht's mit den Hausmeistern aus hier? Hausmeister, Hausmeister, da. Okay, weitergebildet sind sie. Bekommen hier ein bisschen Schub. 5 Dollar mehr. Ich würde die sehr wahrscheinlich zufriedenstellen, aber wo ist bitte die... Äh... Warte mal, da gehen noch Leute rein. Ah, guck mal da. Guck mal da. Oh, 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 oh. Ich hör's gerade wieder. Ja, ich muss das mal eben leise machen, bitte. Ähm, Lautstärke, Soundtracks. Hm. Ja, machen wir mal eben auf 5. Ich hoffe, dass... Ach, wisst ihr was? Scheißegal. Ich feier jetzt hier einfach mal mit. Schießfahrgeschäft starten. Jawohl. So. Spielvorbere... Äh, was? Spiel vorbei? Äh, diesmal kein Highscore? Was? Äh, ich will weiterspielen. Ah, guck mal da. Ich hab ein Fadenkreuz. Uh, geilo. Jetzt geht's los. Jetzt wird geschossen hier. Na, wann geht's los? Ach, komm. Beilen wir uns mal ein bisschen hier. Ich will loslegen, Leute. So, 3, 2, 1. Abgebäust. Ups. Oh, nein, 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 nein. Jawohl. Den ersten erwischt. Na, komm. Wo bleibt der nächste Geist? Ach. Ich hab's nicht mal mit den Zielen so. Ich glaub, die Maus muss ich mal ein bisschen putzen. Climber! Okay. Weiter geht's. Im Cedric Hotel. Jawohl. Zack, zack, zack. Zack, zack. Wollen wir nicht. Zack, zack. Bam, Alter. Ich bin schön. One hit, one dollar. Ah, weggepänzt. Ich soll auf jeden Fall irgendwas mit 3.800 Buch zusammen sammeln. Ah, dann schafft man schon. 690 haben wir schon. Und weiter geht's. Okay, 4er-Kombo hat nicht erreicht. Ey, 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 ey. Wir los, vor der Zentrale. Guck mal, hier ist ja mal die anderen. Ich glaub, die Arrestzelle ist kaputt. Und weiter geht's. 1060 Punkte haben wir erreicht. 3-fach-Kombo. Ich bin jetzt nicht der Beste im Aiming. Aber wir schaffen dann. Oh, Gosa. Der Gossianer. Lass mich erschießen. Ey, ich bin kaputt. Gosa. Hat eine kleine Verzögerung beim Schießen. Aber das ist halt so wild. Meine Maul ist schnell genug. Insofern ich auch schnell genug bin. Und die Leidenschaft haben zu erledigen. Ey. Aber ich treff den nicht mal. Ich sag ja, der hat eine kleine Verzögerung drin. Da ist ja süß, ey. Was hat die Laud auf den Kumpel? Oh, Mensch, oh. Oh, 1940. Ich glaub, das ist doch schwieriger als gedacht, ne? Ich muss die Maus noch mal ein bisschen. Okay, das könnte doch noch was werden. Boah, der Marshmallow-Mann geht sauer. Der Effekt hat zu kurkeln. Es riecht nach Marshmallows. Nach gebrillten Marshmallows. Nach gebrillten Marshmallows? Nach gebrillten Marshmallows, wie die hier sagen. Oder über der Flammelflange. Ja, die auch immer auf dem Netz. Keine Ahnung. Dann sind wir jetzt fertig. Sind wir jetzt fertig? Sind wir durch? Doch noch nicht. Okay. Einen hab ich doch erwischt. Der kam mir noch ins Gesicht. Geschwebt, geschwoben. Wie auch immer. Okay, let's go. Neuer Heißgård. Na, mein Game. Ja, haben wir. So, Benz war mal drin. Bonus-Funktion freigeschaltet. Fahrbarer Ecto-1 verfügbar. Geil. Oh, geil. Okay, wir haben einen fahrbaren Ecto-1 freigeschaltet. Geil. Ich muss mal kurz hier auf Probe-S zu schalten. Uhuhu. Geil. Oh, ach ja, da ist die Bahn. Ja, genau. Ähm, so. Wir haben den Abschnitt 4 erreicht. Erforsche Ghostbusters-Paket Szenerie. Okay. Das tun wir dann doch. Erforschen. Erforschung starten. Zusatzinhalte. Ghostbusters-Paket Szenerie. Sauber. So. Das lassen wir mal auf Stufe 2 mal ein bisschen laufen, damit das schneller läuft. Ah, da könnten wir mal eben hier auf 750 erhöhen, damit das in 15 Tagen ingame fertig ist, natürlich. Äh, die Warteschlange, bla bla bla, interessiert mich jetzt erstmal nicht. Das Einzige, was mich interessiert, ist hier die, äh, ja, die neuen Ziele, ne? Sorge dafür, dass alle geöffneten Fahrgeschäfte, Fahrtraktionen, was? Fahrgeschäftsaktionen, eine Warteschlange-Szeneriebewertung von minus 35 haben. Ja, ich hab's gut, Alter. Äh, da wird mir ein bisschen zu viel gequatscht, ey. Das stört einen beim, beim Spiel hier, ne? Ähm, Fahrgeschäftsabteil... Von 30 mindestens sechs geöffnete Fahrgeschäfte, Fahrt, äh, Fahr... ...Aktionen... ...Fahrgeschäftsstationen... ...ä? Ich kann doch nicht mal mehr lesen! Fahrgeschäftsstationen! Meine Fresse! Bin ich denn zu Glück zum Lesen? So, ähm, wir haben ein Prestige von 100 hier. Okay, das passt. Ja, 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 ja. Ähm, so, wir müssen auf jeden Fall hier mal... ...67 haben wir. 83? Warteschlange-Szenerie. Aber warum Warteschlange-Szenerie? Die Szenerie ist doch hier schon... Da haben wir doch schon über, über 80. Wo ist das Problem? Hier, glaube ich, fehlt noch was, ne? Kann das sein? Äh, warum kann ich die jetzt nicht anklicken, die Station? Ah, jetzt. Oh, wo sehe ich das jetzt hier? Ey, was ist das denn? Neue Herausforderung! Parkbewertung! Ich glaube, eine Anmenschung, äh, von Peck zusammen mit den ganzen... ...okay, okay, um zu machen Schleim. Irreiche einen Bonus von 90 für einen ausgeglichenen Park. Ähm, Belohnung. Du erhältst eine Geldbelohnung von einer Million. Na, natürlich nimm ich da an, hier! Okay, ähm, wie sieht's denn hier mit dem Prestige aus? Wo sehe ich das? Äh, was war doch hier. Sag mal, willst du mir hier auf die Eier gehen? Wo sehe ich denn hier das Prestige? Warteschlangen-Szenerie. Muss ich das hier vielleicht auch noch ein bisschen... Ah, ich glaub mal schon, ne? Ähm, Szenerie. Hm, was nehmen wir denn hier? Natur. Ein paar Bäumchen könnten wir hier mal hinstellen, würde ich sagen, ne? Damit das hier mal ein bisschen mehr Prestige bekommt. So, bauen wir mal da noch ein. Hin, da, hin, da, hin. Ach ja, hier ist die Warteschlange. So, ein paar verschiedene Bäume dazwischen kloppen. Dass es hier nicht so trostlos aussieht. Seht hier überhaupt den Boden? Ja. Ähm. So, jetzt sieht es aus. Kann ich das jetzt einsehen? Warum sehe ich das hier nicht? Arbeiten kann ich das auch nicht. Oder wie, die zweite Station? Achso, da sind es zwei Stationen. Okay, verstehe. Ähm, ja. Ich wüsste jetzt gerne, warum... Das ist doch eine Attraktion hier, oder nicht? Was haben wir denn sonst noch für Attraktionen hier im Bau, im Bau hier irgendwo? Äh, wo tummeln sich dann die Leute? Ah, was ist denn jetzt schon wieder glitchy hier? Alter! Ist hier noch irgendwo eine Attraktion, wo die Leute hingehen anscheinend, oder? Oder doch nicht? Ne, hier hinten ist nix. Ähm. Komisch. Hier ist eine Attraktion und hier sind zwei Attraktionen, aber die sind doch schon... Ich hab doch die Ziele erfüllt. Was haben wir dafür? Erforschen, los, was das Szenario... Okay, die haben wir erforscht. Freischalten. So. Das hätten wir erreicht. Los, was das Szenario... Okay, das haben wir erforscht. Jetzt geht mir hier nicht auf den Sack hier, scheiß Pop-Ups. Ähm. Vier von sechs. Hä? Da muss mir mal einer zu verstehen geben, hier. Mindestens sechs geöffnete Fahrgeschäfte. Hä? Gut, weißt du, was? Dann basteln wir hier noch ein bisschen Szenarien. Was von wegen Ghostbusters vielleicht? Vielleicht bringt das hier irgendwas. Szenerie. Haben wir doch. So. Was könnten wir denn hier so hinbasteln? Marshmallowman könnte ich da hinbasteln, aber wir haben schon einen. Ein paar Geister zum Erschrecken. Aber dann rennen doch meine... Warte mal, rennen die Leute hier aus dem Park? Ist das eingestellt? Spiel. Ähm... Personalverweiger... Ghostbusters-Funktion. Kann in diesem Szenario... Ja, okay. Okay, verstehe. Kann ich nicht einstellen. Das ist natürlich schade. Aber was bitte soll ich denn jetzt hier machen? Ich meine... 35... Mindestens 35%. Warte mal. Ich habe Attraktionen. Eins, zwei... Drei... Wollen wir denn sonst noch... Ach so. Ich soll noch zwei Fahrgeschäfte hinzufügen, denke ich mal, oder? Kann das sein? Ja, ne? Dann brauchen wir doch ein paar Fahrgeschäfte dahin. Dann würde ich sagen, machen wir uns noch mal ein bisschen Platz hier. Dann würde ich bitte das hier weg. Okay, das hat so viel jetzt. Packen wir das mal hier rüber. Dann könnten wir hier noch ein weiteres Fahrgeschäft hinbasteln. Wenn das passt. Ne, passt jetzt nicht. Sehr. Scheiße. Äh, ich glaube, das braucht ziemlich viel Platz. Kann das sein. Es kann gut möglich sein. Aber wir wollen auch nicht hier hin. Äh, ich mach das mal eben rückgängig da hinten. Oh, was hab ich denn jetzt rückgängig gemacht? Nein, 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 nein. So. Ähm. Wir könnten es. Wir könnten es. Ja, hier ist doch Platz genug, ne? Würde ich sagen. Machen wir doch hier noch ein Fahrgeschäft hin. Machen wir doch das hier. Ja, no, no, no. Ja, ja, wau, wau, wau. Ja, ja, ja. So. Boah, ich hasse das, ey. Wenn der da anfängt rumzumeckern. No, no, no. Blum, 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 blum. Okay. Äh, bauen wir hier den Eingang hin. Herausforderung. Erreiche eine Personalgesamtszufriedenheit von mindestens 91%. Anstrengend. Was sagst du? Was? Interessiert mich jetzt gar nicht. Sollen sie doch quatschen da. Äh, du hältst eine Gewinnbelohnung? Ja, nehmen wir doch direkt an. Dankeschön. Den Ausgang hätte ich dann gerne... Hm. Moment. Ich würde gerne den Eingang doch irgendwo anders haben. Und zwar hier. Und den Ausgang... Hier. So. Eingang mit Weg verbinden. Aber erst brauchen wir einen Weg. Erst brauchen wir einen vernünftigen Weg hier. Äh, ich würde gerne den roten Weg hier nehmen. Wo ist er? Standardweg hier. So, das ist ein bisschen klein. Müssen wir kurz bei OBS schauen. Hier wegen der Zeit. Okay, passt noch. So. Äh, damit es nicht so lange dauert. So. Ich würde sagen, führen wir doch einmal hier rum. Würde ich mich gerne mit dem Weg da hinten verbinden. Damit die die Möglichkeit haben, Richtung Bahn zu laufen, falls die mal eine Runde fahren wollen. Und, äh, ja, den Ausgang machen wir gleich. Ähm, ich hätte gern, ich hätte gern normaler Asphalt. So, das asphaltieren wir auch mal eine Runde. So, machen wir das mal ein bisschen... Äh, ich hätte gern eine Winkelausrichtung hier, bitte. So. So. So, wie sieht's mit den Zielen aus? Fahrgeschäft, äh, ddddddddd. Was haben wir denn hier an? Das Fisch? Null. Okay. Dann müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was hinbasteln. Okay, das kann jetzt erstmal weg. Ich brauche jetzt erstmal ein paar... Bisschen laut. Oh, das ist ein bisschen klein, ne? Oh, wie süß. Deine Steinkinder. Steine, hab ich gehört, die sollen auf jeden Fall, ähm, die, den Einsatzbereichen so hier aufwerfen. Scheißegal, ich pass die jetzt einfach querbeetleid dazwischen hier irgendwie. Bisschen verschieden. Vielleicht auch ein bisschen gestapelt. Vielleicht auch noch einen drauf. Ja, so geht das auch klar. So, ein paar Bäumchen. Wie es nicht zu langweilig aussieht. Da noch mal ein schönen Eingangsbereich hier noch ein paar Bäumchen. Bisschen können wir auch noch dazwischenfummeln. Bisschen können wir auch noch dazwischenfummeln. Okay, dann hätte ich hier noch gerne einen Baum. Hey, ich glaube, ich muss die Kollisionen ausmachen, damit das wenig umnervt. Ich hoffe, die Bäume sind nicht zu nah dran. Oh, haben wir noch ein paar kleinere Tannen hier. Da haben wir noch ein paar kleinere Tannen. Ne, sind keine Tannen. Haben wir keine kleinen Tannen mehr? Tannen, Blau-Tanne, Felsentanne. Ja, das passt doch hier. Perfekt. Okay. Das kann ich jetzt nicht miteinander verbinden. Schade, da muss ich die Kollision ausmachen. Oh, das ist ein bisschen zu groß. Das passt auch nicht. Oh, eine Eiche. Eine Eiche passt auch nicht. Oder? Man darf es nicht in den Weg stehen. In der Kollision. So, jetzt wie sieht es aus hier mit der Bewertung? 57 Prozent. 50 Prozent. Ey. Mindestens sechs geöffnete Fahrgeschäfte, Fahrstadt, Fahrstatt, Fahrstatt, äh was? Fahrgeschäftsstationen in deinem Park. Ähm. Sorge dafür, dass... Ah, das ist ja noch nicht geöffnet, ne? Okay, fünf von sechs. Okay, das haben wir. Jetzt fehlt nur noch eine. Eine Attraktion hier. Okay, da müssen wir noch ein bisschen was hinklatschen. Ich bräuchte ein paar Büsche. Ich hätte... Jetzt gibt es ein paar Büsche. Wollen wir denn Büsche hier? Büsche. Wo ist das, was ich suche? Grüner Laubbusch. Dann hätte ich jetzt noch gerne die... Wo ist das? Wo ist der eine Busch, den ich suche? Ah, okay, das ist noch... Ja, okay. Ähm. Aber einen vermisse ich hier. Oder habe ich das nicht im DLC? Ne, ich glaube nicht, das ist nicht im DLC. So, ein paar Blümchen können wir auch noch dazwischen basteln hier. Damit das nicht ganz so grün aussieht hier. Das ist ein bisschen groß hier. Oh, das wird gleich, das ist ein bisschen... Ja, 79, perfekt. Okay. Hm, haben wir den Ausgang da? Verbunden haben wir noch nicht. Nee, sonst kommen sie... Sonst haben wir ein Problem. Und hier ist der Stein im Weg. Das ist nicht so gut. Äh, darf ich dich mal nehmen, bitte? Dankeschön. Nein, oh. Warum? Äh, move? Ah, dankeschön, das wollte ich doch so. Machen wir das doch mal eben. So. Hm? Ja, ich einen Monat gewissen bin von 500. Es besteht vorübergehend eine höhere Chance auf neue Gäste. Mit Eigenschaft gourmet. Okay, verstehe. So, dann, äh, verbinden wir doch den Weg... Oh, da ist noch irgendwas falsch eingestellt, was ich nicht will. So. Perfekt. Und weiterlaufen. So. Ey, nein, 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 nein. Was ist denn jetzt, Alter? Scheiße. Äh, warum ist das schon wieder geschlossen? Halb so wild, komm. Was kostet der Spaß hier überhaupt? Neun Dollar. Hm, okay, was ist, was kostet der Eingepreis hier eigentlich? Null. Okay. Naja. Die Attraktionen, die machen's schon, die bringen's schon. Äh, ja. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Attraktion. Aber das, denke ich mal, werde ich in der nächsten... ...in der nächsten Folge machen. Hier werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen was verschönern. Natürlich, nach der Aufnahme, ne, werde ich hier noch ein bisschen was drum basteln. Und ich sage schon mal, danke schön fürs Zusehen. Wir werden uns nicht vergessen. Ihr kennt es, ihr kennt es. Und die Glocke nicht vergessen, falls ihr nichts verpassen möchtet. Bis zum nächsten, reingehauen und ciao, bedau.